willkommen zu einem kleinen spezial wie die auf meinem kanal heute hatten wir in together mario maker 2 ein spiel welches ich eigentlich nicht jetzt planen wollte allerdings wie es der zufall will patze ist mich momentan bei mir zu besuch hallo hallo und er hat mario maker 2 mitgebracht das ist gerade seine switch die hier läuft und er hat jetzt bei mario maker 2 und dadurch wollen wir mal ein paar runden in den trends sollten wir haben jetzt schon angefangen und dachten uns warum nehmen wir das nicht einfach auf und es ist super behindert bei den meisten maps einfach nicht genau es wird extrem spaßig es ist ein lustiger part hoffentlich jetzt kommt noch lange weil das ja schon snowy mountain also an sich hat das bemerkt welches hat eine 50 prozentige kieler das heißt wir dürfen zweimal sterben so ich bin übrigens mario wenn die habe ich auch mein bild zu laufen nein 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 komm 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 lass mir einen was was hast du gerade gesagt warum kann ich hier nicht rein doch kann ich was soll ich das eigentlich nur ohne 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 bild einfach nur ey also müssen wir alle hier dabei verpiss dich hier nein ich sag dir verpiss dich und du verpiss dich auch gut ja du musst auch vorbei mann oh mann ich springe immer Ja 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 Autsch Komm, Sieg und Sieg Nee, 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 nee Auf keinen Fall Nein Nein Ja Mann Nein 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 Ah, mein auch Wenn du mich hübschig Danke Du 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 Ich liebe diese Musik. Ja, danke. Ja, danke. Die singt. Ja, du bist doch unfähig. Du hast nur gestorben. Ja, da hast du recht. Ja. Ja, gut. Das ist eh besser. Nee, nee. Okay, muss man sagen, ich will nicht. Ach. Nein. Ach. Ach, gewinnen. Hauptsache, wir haben die Money haben. Ich gebe jetzt mal Herzen, weil wir sind keine Arschlöcher. Wenn nicht? Meistens. Eventuell. Ja, weniger. Gott sei Dank. Ich kann nichts lesen von dem, was da steht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er uns Hinweise gegeben. Ist schon mal nett, weil ich kann 1, 2 und 3 lesen. 1, 2 und 3. Was ist das? 30 Sekunden haben wir Zeit. What the fuck? Das ist der in Ernst? Ey, du... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Easy. Ich hätte es schaffen können. Hast du aber nicht. Ja, guck mal. Gib mal wieder alles. Ein Herz. Bist du es. Ja. Guck mal los, ja. Ja, meinst du, was ist hier los? Nein, ich bin tot. Ja, natürlich können wir auch ruhig beide. Kriegst du nicht. Ah, solche Level. Bist du? Ich hab zwei unten. Ey. Was machen wir jetzt? Ja, ich spring einfach mal hier runter. Ah, hat's so gehört. Ja, danke ruhig. Ja, danke ruhig. Ja, das ist nicht. Ja, danke ruhig, was. Das war so. Ich frag mich, warum ich hier überhaupt in den Stans lande. Ja, das ist echt eine gute Frage. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt auf jeden Fall besser als die anderen Level hier. Da besteht immer noch die Chance, dass es absolut scheiße wird. Ja, die besteht aber bei jedem Level. Ja, aber ich meine, es wird absolut scheiße. Das Level ist definitiv nicht auf dem, wie die Player ausgeht. Ach, das wird schon. Und naja. Ich bin wenigstens so professionell. Töte dich auf, überlebe dann noch. Das töten kannst du mich nicht. Gar nicht. Wir müssen weiter. Tum sind wir ja. Komplette Retards. Ja. Ihr habt sogar noch den Knopf drückt. Aber ich hab's nur geschafft. Also vielleicht müssen wir den Knopf drücken. Was? Ich glaub, die sind nur da und haben verlicht gekocht. Ja, richtig. Gibt doch eigentlich auch solche Münzen, die noch Licht geben. Ich muss springen. Nein. Ich muss nur bleiben stehen bleiben. Das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ich kann das hier halt schaffen, ne? Aber ich hätt's schaffen können. Ich hätt nur von dir abspringen müssen. Oh, oh. Das wird knapp. Nein! In die Ecke! Ich mach das Level. Was ist eigentlich hier oben? Nein, ich wollte doch gar nicht platzen. Ich muss erst mal die ganze Scheiße retten. Ich könnte mich ja anstrengen. Ja toll. Ich hoffe, ich sterbe hier. Lauf unten durch. Du sollst hier in den Buh-Ring reinspringen. Ich dachte, ich habe noch länger Schutzzeit. Du sollst hier in den Buh-Ring reinspringen. Wartest du doch mal auf mich? Nein. Du bist doch bescheuert. Ich hätte vielleicht die On-Off-Switches nutzen sollen. Ja! Wir haben auch eine gute Idee gewesen. Ach, wirklich? Oh, ist jemand gestorben? Nein, nein, ich lebe. Der Buh ist scheiße. Oh. Easy win! Easy win! Easy win! Nein! Sogar ein One-Off. Ach, One-Up hin oder her? Ja! Ich weiß es nicht. Ah, leider sind wir in Indie. So, weiter geht es. Egal. Ach, da und andere ist. 82,8. Also, wir dürfen eigentlich keinmal sterben, von der Abschlussrate her. Ja. Du störst trotzdem? Ja, dreimal oder so. Mindestens. Ja. Auf die doch. Arschloch. Ha! Ah! 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 Oh! Ah, ah. Ah, ah, ah! 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 Ah, ah! Nein! 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 Ah! Zack, hier rein! Wo ist das hier? Wo ist das hier? Ja! Oh Gott! Danke! Oh! Ich hänge gerade über lange meine Nase fest. Und fest? Ja. Oh, das ist ja doof. Zumindest hatte ich bisher kein Let's Play zu Mario Maker 2 geplant. Weil einerseits fehlt das Geld momentan. Andererseits, ja. Ja gut. Und auch die Zeit. Aber größtenteils wenig Geld. Ich muss noch Pokémon kaufen. Ich muss nur die Tees Menschen kaufen. Ja. Was ist denn? Ja. Hey! Ja. Ich kann nicht rein. Oh nein. Nein. Das ist so ein Wunder. Wunder. Nein. Ich hänge doch. Ey! Dass wir bei sowas Einfachem sterben. Ja, das ist halt. Ops. Bei sowas Einfachem sterben. Ich hab mit Absicht Bier gesagt. Nein! Ups! Nein! Tschüss! Ich hab doch weh gedrückt. Was gar nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Du musst sie weg. Du musst sie weg. Ähm, 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 ähm! Ey! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich dachte, da wäre eine Lücke vorher. Ey! Oh fuck! Tschüss! Nein! Lass mich ruhig in der Luft hängen. Oh, ich sterbe dich an deinem Stapeln. Das finde ich sehr interessant. Ja, wo kommt denn weiter oben? Ah! Weißt du, was sag ich denn? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keinen Stachelhelm. Das ist los. Sonst würdest du auch sterben. Ja, klar. Natürlich. Also, ich würde dann sterben, aber... Tschüss! Soll ich nochmal für den Stachelhelm. Wo geht's eigentlich weiter? Für den Stachelhelm könnten wir hier alles kaputt machen. Ja. Ist auf jeden Fall ein gut konzipiertes Level, wenn es keine... ... Wirklichkeit gibt, hier weiterzumachen. Also, es ist umgekehrt. Ja, toll. Guck mal, wie viele sich da umgekehrt. Guck mal, wie viele sich da umgekehrt. Guck mal, wie viele sich da umgekehrt. Warte, warte ... B夠! Nein. Nein! Ich weiß Was machst du? Ich wollte gerne du Hast du zu sein Hallo, du bist da rein Mario Ich bin es Ähm 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 tschüss ähm ja wir waren ja schon mal doch die ec-flagge ist aktiviert ich weiß dass wir da schon waren wir sind ja zurückgegangen bin ich meine schuld ähm nein ich meine auch nicht was machst du der Pau umgegen damit ist er nicht okay vielleicht verschulden danke schon unser Ziel jetzt äh wir hätten dem Pau nach unten folgen müssen haben wir nicht getan ach so muss dich umbringen oah kann sich nicht daran umbringen warte wenn ich von der Seite komme wir hätten doch wieder nach oben laufen können in die Röhre aber ist ja langweilig so wie sie wie sie nein weil er geht da nicht rein er geht da nicht rein ja jetzt kommt die ausreden ja stell dich ruhig runter ja ich hab den Checkpoint geholt ich hab den Checkpoint geholt ich hab den Checkpoint geholt ja 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 das hätte gut sein können ok nein hätte nicht ja aktiviert doch mal die blaue Plattform warum kann ich dich nicht du kannst die auch aktivieren ich bin aber zu voll ja 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 und das Ganze nochmal was du hast gelernt aus deinem Fehler ja danke ja er hat es reingeschaut du hast mich so ein Wien ja 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 das ja 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 moin ja das steht ihr beide gut du brauchst noch irgendwas mit plattformen sowas und level das war schon lust und plattform level mario 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 action test ok der war das letzte mal lustig. ja. pink fast deep break soll ich pewdiepie als play? nein übertrieben ok hab ich mich nie für interessiert du bist doch auch einer was soll ich denn machen? soll ich die plattform anhalten? ja guck mich weiter oh das weinen, die sind absolut nicht für multiplayer gemacht nein ja, was? du bist so afraid weil ich tot war als das nein du hast doch die panik in du dich das augen gesehen als er gestorben ist ja, ich hab die erste mal kaputt gemacht ja, weißt du was wir machen müssen? echt? ich hab mich schneller gedacht als du, wenn es doch immer zu langsam war das kennst du doch schon da brauchst du doch nicht mal mehr nachdenken doch ich weiß warum fliegen die dann nochmal nach oben? brauche ich das mal oh das war das letzte mal was? was? mit dir habe ich mit dir mit dir mit dir mit dir mit dir mit dir das ist besser hilf mir mache mich frei ne da kommst du auch nicht weiter du hast das selber eingesperrt die die mario ja toll, danken mario los mario du hast auch im wenig zu Nein! Er guckt nur nach oben. Da bist du da. Easy. Ja! Ja! Das ist doch klar. Wie unverdient ist das? Das war easy. Das war nicht easy, das war unverdient. Nee, nee, das war schon easy. Oh, schon 25 Minuten voll. Ja, so schnell geht das. Ach, wir machen noch ein Level. Vielleicht brauchen wir noch ein Plattform-Level. Ja, wir brauchen noch ein Plattform. Das ist das Beste. Plattformen sind sowieso super. Blaue Plattformen. Nee, bin ich mit dem... Bin ich von. Brauch nicht. Echt, du hast das Spiel auch nicht. Scheiß! Okay, wir sind ganz unten. Okay, wir sind ganz unten. Oh, wo, wo, wo? So ein... Mach Detail suche und kann man ja nicht Plattformen wie eingeben? Ja, die meisten sind eine klassische Versunde. Ah, ich kann so nach Tags suchen. Und... Und... Ja, super Mario was. Na? Die Sachen halt. Und dann als Umgebung hier oben wäre es in der Schwierigkeitsgrad. Mach mal sehr schwierig, mach mal sehr schwierig. Und dann einfach... Nur Asien natürlich. Weil... Es gibt eine Region, wo die schweren herkommen. Mhm. Dann hätten wir hier klassisch... Mach mal gegeneinander auch noch. Und dann jetzt einfach so. Und einen Strich. Ja. Genau. Was zum Fick ist das? Ähm, mach mal einfach mal an. Fack ihn. Abschlussrate 1,08. Es soll so gegeneinander sein, also... Sehr gut. Nee, gegeneinander werden mit angezeigt. Doch, es ist gegeneinander auch. Ja. Ah. What the... Actually... Es ist das für eine Scheiß, mal ganz ehrlich. Rosa lebt noch. Rosa! Mayday! Was ist das denn? Was soll ich das denn machen? Was soll ich machen? Nein, ich... 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 Ich benutze die Katze zum ersten Mal so wirklich. Wenn ich 3D-Wort ist die... Ja, aber nicht hier in 2D... 3D-Wort. Aber wenn ich in 2D-Wort... Wenn ich in 2D-Wort... Ich... 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 Weil die Katze ist weg. Ja. Ich... Ich... Wir müssen ja eigentlich echt zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten klappt super. Ja. Nein! Wir machen einen anderen Level an, das ist scheiße. Das ist einfach nur ein Spammer. Ja... Enemy Spamming. Ja. Wie hat das überhaupt so viele Likes bekommen? Weiß ich nicht. Hm... Kaiso nothing special. Ja, mach dieses nothing special, das ist, das klingt, das ist Kaiso. Ja, Kaiso ist richtig. Wir haben ja auch sehr schwierig eingegeben. Ja klar, aber ich mein, an sich müsste man ein Trolllevel hier schon irgendwie finden, das wär auch schon... Ja. Weiß nicht, ach da guck ich hab nicht, ja, das... Da, 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 ich mach das da weiß jetzt so... Ah, nein! Ich komm weiter ins Tour. Ja, beim ersten Versuch, ich war einfach nur gerannt und gesprungen, ich hab auch nichts geachtet. Oh, what the fuck war das? Hast du's gesehen? Die Shell hab ich im Sprung nochmal weitergekickt. Ja moin. Das kriegen wir hier hin. Wir müssten mal vielleicht nicht sehr schwer eingehen, sondern auch irgendwie normal schwer oder so. Also mal hier so... Mach mal die Schwierigkeitsgrad anders. Auf normal ruhig. Ja. Und dann... Let's go. Komm. King has... Adventure. Mach mal das. Ja, das ist... Ist das ein japanisches Level? Ja. Na ja, dafür hab ich den Pilz. Ich kann dadurch überleben. Hunger. Pff. Ey, aber die Idee ist geil, finde ich. Ja. Der ist super. Ansonsten. Ajo! Sind beide zu fett. Ja. Ich hab den Pilzen, noch. Bring doch. Ich frag mir. Du wärst immer ne gute Idee. Was ist hier los was soll ich Dachte schon Nein Ich habe schon Angst gehabt Ein Tschüss Uff ich schon gemacht ja das auf jeden fall aber nehmen aber dann sieht weil es da extra vorher was machst du denn weil sie mich darum schauen ich habe einen p-switch wenn der ausläuft wärst du auch nicht weitergekommen ich bin ja ich kuhle dafür habe ich die zielflagge mir nichts bringt aber egal ja was soll ich da jetzt machen ich komme nicht raus er ist nicht reingegangen so tot hey ich bin noch klein also muss ebenfalls das level noch gut bringt ja nix es ist nicht schaffen können weil ich das stehen bleiben das verhalten der gegner geändert wird das kann sein ja weiß ich habe eine lücke ok mein hirn war einfach springen lücke heißt nicht springen unbedingt unbedingt aber kann nein jetzt dass du hundert pro hast du jetzt die klage dass wir hallo hoch da das war's mit dieser kleinen folge ich weiß nicht ob wir dann noch nehmen wir noch ein port auf weiß ich nicht weiß ja auch nicht wann das los wird soll ich auch nicht ja dann war es das auch mit mario maker 2 wird wohl für eine weiter das einzige video auf meinem kanal bleiben von mario maker 2 ich werde so schnell nicht das geld haben für das spiel leider und auch die zeit wird so ein bisschen dazu also es war schön es ist auch toll ein video davon jetzt auf dem kanal zu haben und vielleicht kommt patze auch eines tages wieder und dann können wir noch mal ein bisschen weitermachen so ein bisschen richtig gut bis nächstes mal viel spaß euch noch schnell wieder ein und tschüss